hallo freunde und willkommen zu einem nach langer zeit mal wieder neuen commentary und info vorab das spiel was wir im hintergrund spielen ist quantum conundrum welches ich mir mal ebenso pauschal nebenbei rausgesucht habe das aber nur als info am rande um eigentlich geht es ja um das was ich zu sagen habe letztes mal ist auch eine ganze weile her muss irgendwie so zwei monate sein oder so wenn ich mir nicht irre deswegen kurz mal wieder zeit denn also ein bisschen was wird ja geben zu erzählen oder wissen was gibt es immer zu erzählen aber jetzt habe ich mal wieder ein paar themen die ich angesprochen haben möchte ich werde jetzt mal nicht darauf achten dass dieser etwas beschränkte prozessor der prozessor professor da im hintergrund die ganze zeit am labern ist das habe ich mir auf fürs let's play weil dieses spiel hier habe ich auch vor zu let's play auch wenn es nicht mehr das neueste ist ich finde es irgendwie geil dann gehen wir erst mal auf die themen ein die ich mir für heute hingelegt habe ich muss mal eben auf meinen schlauen zettel gucken ja thema nummer eins der kanal wird in den nächsten monaten bald geburtstag haben genauer gesagt am 29 mai genau 29 mai ist der offizielle geburtstag dieses kanals und da wird spätestens an diesem jenen 29 mai ein neues format seine premiere feiern da bin ich allerdings noch am überlegen mache ich das auch direkt auf diesem kanal oder nutze ich die gelegenheit quasi einen zweitkanal zu eröffnen spricht einen vlog kanal das ganze wird nämlich dann nicht thema games behandeln sondern ich habe mir so überlegt irgendwie was in richtung filme auch mitzumachen wobei ich da jetzt natürlich auch nicht so diesen mainstream folgen will und irgendwie von filmen labern will die sowieso jeder kennt sondern ganz im gegenteil ich habe davor auf filme einzugehen die man so als kleine perlen bezeichnen kann die vielleicht total in der masse untergehen oder die vielleicht einfach nur keine sau kennt oder die einfach nur so schräg sind dass eigentlich alle die scheiße finden obwohl die eigentlich total cool sind da gibt es ja ein paar das ist so dass das was ich mir überlegt habe für die 29 mal ich würde fast schon mal zu mit sicherheit davon ausgehen dass ich das auf einem zweitkanal mache den ich auch in den nächsten tagen oder wochen irgendwann eröffnen werde um das alles schon mal fertig zu kriegen sprich kanal banner und kanal bild und so weiter das will ich schon ein bisschen vorab fertig haben und wenn das soweit ist wird es eine entsprechende info geben und dann pack ich auch schon mal so ein zwei kleine videos auf den kanal quasi als einweihung aber wie gesagt das ganze aller spätestens auf jeden fall am 29 mai mit glück ein wenig früher so das wäre jetzt erstmal sogar schon das erste thema da sind wir ja sogar schon durch mit thema nummer eins und so das ist kacke bei so einem grübel spiel sich dann auf die themen zu konzentrieren die man sich eigentlich vorgenommen hatte aber ist egal wir kriegen das schon irgendwie hin thema nummer zwei der ein oder andere wird es vielleicht schon gemerkt haben aktuell wird auf meinem kanal nichts monetarisiert ich habe bei vor allen dingen den den aktuelleren let's place oder generell bei allen aktuelleren videos die monetarisierung komplett rausgeschmissen das werde ich jetzt in den nächsten tagen auch noch für die restlichen videos machen die schon länger auf dem kanal liegen das hat eigentlich nur einen einzigen hauptgrund ich die monetarisierung bringt aktuell überhaupt nichts zumindest mir nicht einfach aufgrund der relativ geringen reichweite und deswegen habe ich mir gedacht okay dann konzentriert sich jetzt erst mal so ein bisschen darauf die reichweite zu steigern und das funktioniert in der regel am besten wenn halt auch keine monetarisierung stattfindet sprich man sich sich nicht erst irgendwie fünf sekunden lang irgendeine scheiß werbung angucken muss und dann erst weiter klicken kann deswegen monetarisiere ich zurzeit überhaupt nicht das wird auch erst mal auf jeden fall so bleiben und ich weiß noch nicht genau ob ich das länger so mache oder ob ich irgendwann dann auch die monetarisierung wieder einsetze das ist auch ein bisschen erfolgsabhängig klar muss man da auch ein bisschen gucken wenn man letztendlich irgendwann die reichweite hat dass man sich refinanziert keine frage dafür ist die monetarisierung ja auch da aber bis dahin auf jeden fall erst mal keine einzige werbesekunde mehr auf dem kanal ihr könnt direkt ins video springen es wird auch keine einblendungen geben zumindest keine auf die ich einfluss habe alles was ich an werbung beeinflussen kann wird auf dem kanal definitiv erst mal nicht stattfinden und von daher war es das eigentlich auch mit dem thema schon so thema nummer drei vielleicht hat es der ein oder andere treue abonnt ja schon mitgekriegt ich habe ein bisschen was am veröffentlichungsrhythmus der videos geändert es kommt jetzt nicht immer jeden tag ein oder zwei videos zu einem let's play sondern verteilt auf zwei tage für vier let's plays soll heißen einen tag kommen ein bei einem hauptprojekt auch mal zwei videos zu einem projekt und zu einem zweiten projekt dann am nächsten tag kommen videos zu zwei anderen projekten dann wieder die vom tag davor und so weiter also immer diesen abwechselnden rhythmus damit will ich eigentlich den die die abwechslung auf dem kanal ein kleines bisschen verbessern damit man hier ein bisschen mehr abwechslung hat das führt zum einen dazu dass ich mehr projekte als sonst gleichzeitig laufen habe aber dadurch dass ich halt immer dazwischen den einzelprojekten einen tag frei quasi habe gibt es mir dennoch die möglichkeit die die zeit die ich dann habe für die aufnahmen zu nutzen und mich selbst dann nicht großartig zu stressen bisher funktioniert das so auch ganz gut ich habe viele projekte halt vorab schon fertig aufgenommen und kann daher auch ein kleines bisschen beruhigter zu werke gehen und neue projekte schon mal vorab aufnehmen eins davon wird zum beispiel hier dieses im hintergrund laufende quantum konundrum sein kleines rätsel spielchen das ich mir mal raus gesucht habe das mal ebenso als nebeninfo das kann ich euch schon mal sagen das wird irgendwann in den nächsten zwei wochen starten rhythmus haben wir durch also wie gesagt jeden tag natürlich videos klar einen tag videos zu zwei projekte xy und am nächsten tag dann eben projekt ab und dann wieder xy ab xy ab immer so im wechsel und da behalten was heißt behalte ich mir vor da mache ich es zum beispiel so als kleine erklärung aktuell läuft ja noch das let's play zu peer solar and the great architects das ist ein relativ umfangreiches projekt also da werde ich wahrscheinlich so mit 60 folgen ungefähr hinkommen ist ein ziemlich großes spiel muss man zugeben und was ich natürlich geil finde 40 folgen sind jetzt schon fertig aufgenommen und aktuell veröffentlicht sind glaube ich 26 wenn ich mich nicht irre und da ist es halt so gerade weil das so viele folgen sind ich will natürlich die projekte auch nicht zu lange in die länge ziehen deswegen gibt es da halt immer zwei videos am tag also zwei videos zudem und eins zum nächsten projekt zwei tage später wieder zwei videos und dann wieder das nebenprojekt das kann halt immer mal wieder passieren wenn ich an spiele gerate die sehr aufwendig sind sehr sehr zeitaufwendig sind viele folgen haben da würde ich dann eher zwei folgen immer veröffentlichen außerdem wird es so sein dass ich wenn ein neues projekt startet was jetzt am kommenden montag der fall sein wird weil heute ja sonntag ist zumindest für die die das jetzt am veröffentlichungstag dieses commentaries auch schon sehen am montag sprich morgen startet auch ein neues projekt und das umfasst genau sieben folgen ich verrate noch nicht welches spiel es ist und da bietet es sich natürlich an alle sieben folgen in die eine woche zu packen montag bis samstag wird ja bei mir immer veröffentlicht sonntag ist ja quasi hofpause und da ist es so am ersten tag start tag gibt es eine doppelfolge wie das ja halt auch bei serien gerne mal gemacht wird am ersten tag zwei folgen und dann habe ich bis samstag das komplette let's play durch daher wird beim start neuer projekte immer direkt am start tag vom neuen projekt eine doppelfolge kommen das mache ich in erster linie weil es natürlich immer so ist dass bei vielen spielen der erste part in der regel immer so ein bisschen tutorial gedöhnt ist und da passiert relativ wenig da sieht man relativ wenig und um da jetzt die erste folge nicht da irgendwie als langweilige start folge liegen zu haben oder liegen zu lassen mache ich es dann eben so dass ich wenigstens noch eine zweite folge raushaue um ein bisschen mehr inhalt für das neue let's play schon mal am ersten tag anzubieten ich renne jetzt hier gerade in dem spiel so ein bisschen planlos durch die gegend weil ich auch nicht wirklich weiß was ich machen soll muss ich muss ich gestehen aber ist egal ist ja sowieso nur damit im hintergrund überhaupt irgendwas läuft so zum thema veröffentlichung neuer rhythmus und so weiter und kleine änderungen start von neuen let's plays und so bin ich jetzt eingegangen und jetzt eigentlich naja anderthalb haupt themen weil die beiden nächsten themen so ein bisschen zusammenhängen das ist eigentlich so die größte änderung oder neuerung was meine in anführungsstrichen arbeit angeht ich werde in zukunft regelmäßig live streams wieder machen ich habe zwar schon seit jahr und tag eine twitch account und auch irgendwo eine new stream account den ich und wie gerade einmal genutzt habe oder so aber es wird regelmäßig live streams gehen ich habe jetzt drei live streams die vier schon fertig beziehungsweise schon gemacht in den letzten wochen und das hauptprojekt ein reines live stream projekt wird minecraft sein auf der xbox one ich habe zwar irgendwann mal gesagt dass ich wahrscheinlich nie in meinem leben minecraft spielen werde aber ich habe mir irgendwann mal einem anfall von lange weile gedacht ach scheiße kick system an und jetzt habe ich den salat jetzt komme ich da irgendwie nicht weg von dem ganzen und macht daher immer schön live streams und das ganze wird immer samstags oder sonntags sein das kommt ein bisschen darauf an wie das zeitlich einrichten kann gestern war ja samstag da habe ich leider nicht geschafft da kam ich zeitlich einfach nicht hin und deswegen gibt es den live stream halt heute abend so gegen 16 uhr ich könnte ihn auch später starten aber ich muss natürlich auch müssen gucken dass ich mich nicht mit anderen streamern großartig überschneide vor allem mit denen die einen die ganzen zuschauer klauen das wäre in dem fall ja der gute simon slash unge der macht ja immer sonntags so gegen 18 uhr sein live streams zumindest so in den letzten wochen habe ich das so mitgekriegt dass er um die zeit relativ regelmäßig seine live streams macht deswegen mache ich meinen um 16 uhr geht auch etwa zwei stunden mal eins ein bisschen weniger aber über zwei stunden komme ich eigentlich relativ selten bis gar nicht und da könnt ihr euch gerne dann hinsetzen und 16 uhr den live stream einschalten wäre natürlich sehr nice gibt mir die chance auch mal ein paar fragen direkt zu beantworten wenn ihr denn welche fragen irgendwelche fragen habt und das könnt ihr dann direkt im stream machen ich beantworte den ganzen kram und der stream wird dann im nachhinein auch auf youtube archiviert da ist es so ich könnte theoretisch natürlich auch das ganze lokal aufnehmen und dann hochladen aber warum sollte ich das tun ist ein bisschen sehr aufwendig das ganze separat aufzunehmen hochzuladen eventuell noch zu rendern das kostet unwahrscheinlich viel zeit deswegen exportiere ich jeden live stream direkt von twitch auf youtube ist natürlich dann qualitativ nicht ganz so als wenn ich es lokal aufgenommen hätte vor allen dingen auch von der tonqualität von der mikrofon qualität da muss ich momentan leider auf dieses xbox one standard mikro zurückgreifen weil ich mir da noch kein neues gekauft habe also dieses komische billig headset was da mitgeliefert wurde das erfüllt erst mal seinen zweck ich werde auf kurz oder lang sicherlich mir noch neues besorgen oder eben gucken dass ich das tontechnisch vielleicht irgendwie anders geregelt kriegt das muss ich erst mal gucken aber primär ist erst mal wichtig dass ich da überhaupt meine stimme irgendwie in den stream reingeklöppelt krieg was ja im zweiten stream nicht so ganz geklappt hat da hat ja so ein bisschen die intelligenz versagt mehr oder weniger könnt ihr euch ja gerne mal angucken das zum thema regelmäßiges live stream projekt minecraft ja und was das projekt natürlich angeht auch hier noch mal ein kleiner aufruf an euch ich mache das momentan einfach nur im kreativ modus und basteln mir da irgendwie mein häuschen mein kleines reich und so weiter entschuldigung jetzt musste ich gerade mal so ein bisschen rülpsen wo war ich genau ich bin da momentan nur im kreativ modus unterwegs spricht es wird halt auch kein lpc mit irgendwem sein aktuell will ich da einfach nur ein bisschen bauen meine kreativität so ein bisschen aus leben und da auch noch mal ein kleiner anruf aufruf an euch ihr könnt ja mal vorschlagen was man denn da so schönes bauen könnte am besten ihr schreibt das ganze unter einen der live streams am optimal wäre natürlich immer der aktuellste dass ihr also unter die archivierung hier bei youtube ist immer in den playlists ein bisschen gucken da einfach mal eure ideen so ein bisschen runterschreiben weil ich muss zugeben ich sitze da manchmal schon so ein bisschen da und überlege verdammte axt was bausten jetzt da wäre es doch ganz cool wenn ihr mal mit ein paar kreativen ideen unser kleines königreich ein bisschen mit gestalten könnte wäre auf jeden fall geil dass man auch dazu als info am rande und dann auch das letzte thema für heute oder für dieses commentary was so ein bisschen mit dem vorangegangenen thema live stream zusammenhängt und zwar bezieht sich das auf das thema alphas betas und so weiter ich mache ja auch sofern ich denn die gelegenheit bekomme bei so ziemlich jeder alpha und beta testphase mit sofern sich die gelegenheit ergibt wie gesagt und und da ist es so dass ich diese alpha und beta gameplays auch jetzt habe ich mich halt auch dazu entschlossen weil ich bock drauf hatte nur noch in live streams zu machen sofern ist das erlaubt ist natürlich es gibt ja mitunter schon mal alphas und betas bei denen das nicht erlaubt ist aber die wird sowieso nicht bei mir dann als gameplay material geben bei den meisten ist es allerdings erlaubt also so habe ich bisher die erfahrung gemacht ich habe da eigentlich bisher von jedem entwickler das go bekommen dass ich dort das material verwenden darf das ist jetzt habe ich so ein bisschen den faden verloren muss ich zugeben also gesagt live streams von alpha und beta material die dann auch immer archiviert werden und im nachhinein hier auf youtube gepackt werden ich achte bei diesen live streams in der regel auch maximal darauf dass sie nicht länger als zwei stunden werden weil sonst gibt es nämlich probleme man kann von twitch auf youtube nur material mit maximal zwei stunden in einem stück exportieren ansonsten wenn das zwei stunden eine minute ist dann wird das gesplittet in ein zwei stunden video und das andere eine minute video und dann muss man das über diesen youtube video editor erst zusammen klöppeln deswegen versuche ich da beim stream direkt schon unter zwei stunden zu bleiben und dann kommt noch dazu man kann bei diesen exportierten videos maximal zwei stunden und zehn minuten bei youtube ablegen speichern sprich wenn das länger als zwei stunden zehn minuten ist kann man das mit diesem youtube video editor nicht katten das heißt dann müsste man sowieso offline das ganze aufnehmen und dann nachträglich hochladen den aufwand will ich mir allerdings sparen weil das wirklich habt es zum beispiel mit einem video gemacht was ich euch unten mal verlinke das war übrigens das special zum 500 video auf diesem kanal da habe ich ein kleines special gemacht in einer gta online session mit dem guten commander krieger und einigen weiteren und da habe ich zum beispiel so gemacht dass ich das lokal aufgenommen habe und da hat allein das rendern glaube ich neun stunden gedauert oder so und der upload dann auch noch mal drei stunden und die interne umwandlung von youtube war noch mal dreieinhalb oder vier stunden also ihr seht an den hohen zeiten schon mal dass es unglaublich zeitaufwendig ist wenn man das lokal macht deswegen versuche ich bei den streams halt wirklich die von twitch direkt direkt exportierte variante irgendwie zu nehmen auch wenn die qualitativ natürlich nicht auf dem niveau ist wie eine lokale aufnahme aber das erleichtert einfach unwahrscheinlich die arbeit während das ganze dann eben exportiert wird von twitch kann ich mich halt um andere projekte kümmern ansonsten werde ich in der zeit mehr oder weniger so ein bisschen eingeschränkt in dem was ich sonst noch zu liegen habe und dann bleibt anderes liegen und das will ich einfach nicht ne und außerdem bleibt dadurch auch so ein kleines bisschen der live stream live stream charakter erhalten was natürlich auch ganz cool ist und ja ich glaube da sind wir auch durch wie gesagt alphas betas und so weiter wird es aktuell nur auf live streams geben da habe ich eigentlich nur noch eine kleine ankündigung am nächsten freitag ist das jetzt also der kommende freitag das ist der ort habe ich jetzt hier irgendwo ein kalendarium oder mal lasst mich mal eben schnell gucken ich habe jetzt irgendwie kein kalender am kopf das ist der der sechste freitag den sechsten beziehungsweise samstag den siebten an einem von beiden tagen wird es schon mal kleine vorankündigung den live stream geben zur battlefield hardline beta die startet ja am vierten und zum wochenende hin ist mit meinen jungs eben geplant dass wir uns die beta mal ein bisschen genauer angucken und das werden wir natürlich auch im live stream machen der dann natürlich wie auch schon angesprochen anschließend hier archiviert wird und ja das schon mal so als kleine vorankündigung ich glaube ansonsten bin ich auch durch ne war ich noch irgendwas vergessen okay neues format habe ich angesprochen da die nicht durchgeführte bzw die nicht monetarisierung sämtlicher inhalte habe ich angesprochen den neuen rhythmus habe ich angesprochen die live streams habe ich angesprochen und die live let's place zu alphas und betas ach mensch da ist ein thema das hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben das hängt da aber auch noch so ein bisschen mit zusammen das ist so eine idee gewesen auf die spontan gekommen bin weil ich denke das ist eine coole sache wenn ich zum beispiel nehmen wir mal einfach als beispiel wir greifen so ein bisschen mal in die zukunft sobald silent hills rauskommt da kennen ja die meisten den namen silent hills da wer kennt silent hills nicht auch wenn das spiel erst nicht wahrscheinlich 2016 oder so rauskommen wird wissen wir nur als info ist ja so ein richtig schönes horrorspielchen ne hoffen wir zumindest alle und sobald das rauskommt wird das so sein ich werde horrorspiele wie dieses und auch andere wenn sie denn gut sind auch nur noch als live let's play machen genau ich mache horrorspiele auch nur noch als live let's play es sei denn es sind natürlich solche kleinen horrorspielchen nehmen wir mal als beispiel jetzt loan survivor das ist ja jetzt auch eher so ein kleines survival game das jetzt nicht unbedingt wirklich horror erzeugt und das wird natürlich nicht live let's play aber solche sachen wie silent hills also wirklich diese horrorspiele bei denen man sich regelmäßig einscheißt und der arsch auf grund eis geht die werden ausschließlich live let's play das ganze dann auch über twitch und da wird es dann eben so sein das werde ich zu gegebenen zeitpunkt aber noch mal ankündigen da wird es dann so sein dass ich dann noch mal zwei stunden lang aufnehmen bzw zwei stunden lang streame und die einzelnen videos dann in 15 minuten parts cutten lasse das kann man bei twitch einstellen dass bei der beim export des videos das ganze automatisch in 15 minuten parts gekattet wird so dass ihm jeder einzelne folge etwa 15 minuten ist da werden dann natürlich auch immer zwei folgen hintereinander veröffentlicht aber so ist das geplant einfach damit ich damit ich ein bisschen mehr in richtung live streams gehe weil ich das eine sehr interessante sache finde da ist einfach die interaktionsmöglichkeit mit den zuschauern viel besser und außerdem habe ich da eine viel einfachere möglichkeit das ganze mit mit einer entsprechenden facecam zu machen das gestaltet sich bei 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 offline let's place ein kleines bisschen umständlicher ist natürlich auch nicht das große problem ist aber immer mit einem gewissen aufwand und ein bisschen umständen verbunden und und um das ein ganz kleines bisschen vereinfachen für mich weil da halt sonst relativ viel arbeit auch hinterhängt will ich das live let's plan zumal ihr dann auch live meine reaktion sehen könnt was das euch natürlich auch ein bisschen zugute kommt in dem das ganze dann vielleicht einfach auch ein bisschen interessanter für euch wird so dass noch mal ein ergänzendes thema zum live let's play thema ja und dann sind wir damit eigentlich jetzt wirklich komplett mit den themen durch wenn ihr noch irgendwelche fragen habt wäre es natürlich sehr toll wenn ihr mir das ganze in die kommentare schreiben würde und ja wie gesagt probt euch in den kommentaren aus zu den themen und ja dann sind wir mit den themen jetzt aber auch dann wirklich durch und ich kann euch dann wieder in die freie welt entlassen während ich jetzt hier noch in den letzten schalter betätige damit sind wir durch mit dem kommentare ich habe es gar nicht auf die zeit geachtet aber das ist bei einem kommentare auch nicht so wichtig wie gesagt noch mal der hinweis an euch abschließend speziell für mein minecraft let's play bitte ich was heißt bitte hoffe ich dass ihr mit kreativen ideen zur entwicklung unseres königreiches beitragt damit wir natürlich möglichst möglichst toll unsere schöne neue welt basteln können wie gesagt am besten unter den letzten live stream packen den ich hier archiviert habe ich verlinke euch das alles was ich da gemacht habe mal hier unten sprich ich verlinke euch jetzt einfach auch mal die playlist zu diesem minecraft let's play und da einfach unter den aktuellsten stream unter die aktuellste aufzeichnung des streams mal posten was ihr so für ideen habt ich bin da echt mal gespannt auf das was ihr mir so vorschlagt und und ja damit sind wir dann jetzt aber auch wirklich durch denke ich mal aber lange genug unsinniges zeug gequatscht und ja jetzt seid ihr dann entlassen ich betätige noch den letzten schalter hier wie gesagt das ganze hier wird es auch als let's play geben quantum können drum wird starten ab dem sekunde da muss ich auch noch mal gucken ich hätte mir ich muss mir echt angewöhnen mir hier einen kalender hinzulegen und ach so ein thema das ich vielleicht noch ansprechen kann erstmal nochmal ganz kurz am 9 wird quantum können drum starten am 9 februar natürlich nur für die wichtig die das ganze jetzt hier vor dem 9 februar sehen alle dies danach sehen quantum können drum liegt hier irgendwo auf meinem kanal rum einfach mal gucken wer bock drauf hat scheiße jetzt wollte ich gerade eben ach genau ich habe jetzt aktuell das ist jetzt eigentlich eher nicht ganz so interessant aber ich will es trotzdem erwähnt haben jetzt angefangen ein bisschen anders aufzunehmen vor allen dingen was die kommentare angeht die kommentarspur ich mache das jetzt getrennt ich habe ja bisher immer alles so in einem rutsch aufgenommen was natürlich relativ komfortabel war aber natürlich auch immer so ein bisschen qualitativ nicht so ganz dem entsprach was ich mir wünsche vor allen dingen was die tonqualität angeht ich hatte das ja immer schon mal gefragt ob ihr irgendwie rauschen raushört in den let's plays und ich habe das nämlich extrem stark gehört ein ziemlich starkes hintergrund rauschen was ich extrem extrem unangenehm finde deswegen habe ich mich entschieden das ganze mit hilfe neuer technik jetzt zu umgehen das macht natürlich jetzt die aufnahmen alles ein bisschen aufwändiger aber wir haben auf jeden fall weitaus bessere qualität dadurch das ganze werdet ihr zum einen an diesem commentary vielleicht sehen weil da mache ich das schon so und zum anderen auch bei dem am kommenden montag startenden let's play sprich das was jetzt am 2. startet am 2. januar äh 2. februar da wird es äh auch schon so gewesen sein dass ich so aufgenommen habe und äh eventuell merkt ihr wirklich den unterschied also ich habe ihn ganz extrem gemerkt muss ich zugeben und äh ja das mal nur als kleine info am rande äh ähm mietzekätzchen so jetzt sind wir auch wirklich durch ich ziehe mich hier schon wieder total in die länge bevor ich mich verabschiede gönne ich mir nochmal einen schluck wasser ah kühles h2o ähm ja wir sind durch ich sage tschüss hoffe ihr tobt euch in den kommentaren aus falls ihr noch fragen habt tut das bitte ähm zu dem angesprochenen natürlich oder auch andere fragen da könnt ihr mich auch natürlich gerne auf facebook äh äh entsprechend äh löchern da ist es äh ein bisschen einfacher ähm ähm fragen direkt zu beantworten ansonsten sage ich hier äh danke fürs reinschauen viel spaß schon mal beim austoben in den kommentaren und jetzt noch ein weiteres mal äh äh angesprochen macht mir kreative vorschläge fürs minecraft let's play damit wir zusammen dann eine richtig schöne welt basteln können jetzt war es das ich sage danke viel spaß beim kommentieren beim teilen liken und allem was da so zugehört bis zum nächsten commentary oder zum nächsten let's play ich verabscheue mich das war da so zugehört bis zum nächsten die die vor der man ars